Moin, kurze Randinfo an dieser Stelle, nebenbei, dass ich auch endlich mal beim Friseur war, dass meine Haare wieder richtig fresh aussehen. Das Gameplay, was ihr hier seht, ist eine Spontanaufnahme, also heißt insofern, ihr seht zwar das Gameplay, auch meine Stimme, aber ohne Facecam. Wie gesagt, weil es eher spontan war und hoffe, es gefällt euch soweit. Trotzdem, es war ja quasi noch in der Beta gewesen, also quasi war das noch bis Sonntag gewesen, letzte Woche. Und da dachte ich mir dann doch auf spontaner Weise, nehme ich mal ein bisschen Gameplay auf, vielleicht gefällt es ja den einen oder anderen oder so. Oder wenn es Leute gibt, die eventuell auch was vom Game gehört haben. Ja, deswegen, wie gesagt, ich dachte mir halt einfach dabei, kann man ein bisschen Gameplay vielleicht mal hochladen, vielleicht interessiert es ja irgendjemanden. Und ja, mehr habe ich nicht hinzuzufügen, außer, dass es das Game, ich glaube, irgendwann Mitte, Ende Mai gibt, für die Vollversion, keine Ahnung, wie viel das kosten wird. Aber halt auf die jeweiligen Plattformen, no alt an dieser Stelle, halt für PS4, ich glaube auch für PS5, Xbox, PC, sogar auch für Switch, wenn es sein muss, auch in die Switch-Version. Kein Kommentar. Na gut, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Alles klar, Bro. Na gut, na gut, na dann, Digga, ich habe mir voll Mühe gegeben, einfach den Kacktor. Jo, dann würde ich sagen, let's go, aber 3 gegen 2, ja, perfekt, also, das wird eine stabile Runde, keine Ahnung. So, einen haben wir schon, wo ist der Mondball? Höh? Jo, auf einmal um Bogen geflogen. Ja, ja, also, da konnte ich auch überhaupt nichts machen, das ist richtig geil, wir sind gerade zu dritt und selbst bei nur zwei Gegnern bekomme ich richtig aufs Maul. Also, das ist richtig geil an dieser Stelle. Digga, ich muss mich so zurückhören, dass ich ausraste, Alter. Digga, also, das ist ja schlimm, ey. So, gib mir mal irgendwie mal einen Ball, das wäre irgendwie schon echt eine nice Sache hier. Okay, ich habe den noch gefangen. Als ob er alle beide einfach gefangen hat. Perfekt. So, der ist ja schon mal weg. Habe ich ja schon mal einen Kill gemacht, das ist auch ganz stabil. Oh, lol, das war ein bisschen knappe Sache hier an der Stelle. Ah, perfekt. Ja, perfekt. Gleichzeitig gepistet von 2 Satz. Ja, ey, es ist so, so lächerlich. Ich habe zwar schon gedrückt, aber ist ja egal. Ist ja egal. Das Spawn dauert gefühlt zehn Jahre. Perfekt. Ah, nee. Ich hätte gerne die allererste Runde wieder, die war wenigstens cool. Da gab es wenigstens noch Anfänger. Auch wenn das hier eine B da ist, lol. Ja, da konnte ich auch gerade nichts machen. Auch geil. Hey. Ja, werde ich von der anderen Seite. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Alter, ich brauche einen Ball, was soll die Scheiße? Ohne Ball kann ich hier nichts reißen. Ja, jetzt nimmt er sich den anderen Ball. Perfekt, Digga. Hat man das jetzt... Hä? Ach, der wurde... Ach, weil ich ihn da weggestoßen habe. Ah, das ist klar, Digga. Komm, gehen wir mal hier so. Was? Okay, das ging jetzt ein bisschen schnell auf einmal. Perfekt. Okay. Äh, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Null. Ja, dann snacken wir uns hier schon mal diesen... diesen Ball. Ich finde es irgendwie auch so übrigens nice, wie man auch so... gleiten kann, Alter. Da sag ich einfach nur... Für Fortnite. Für Fortnite. Na gut, das war jetzt ein bisschen cringe. Ich komme jetzt nicht einfach so drüber. Okay, scheiße, aber drauf. Gib mir den Mondball. Den finde ich persönlich irgendwie schon geil. Ja, ach, Digga. Wahrscheinlich, oder? Ja, mit einem Punkt. Ja, jetzt haben wir mal da gleichstanden. Perfekt, Digga. Das hat sich ja mega gelohnt. Ich versuche mal mitten ins Getürmle mal reinzusteigen, um irgendwie was abzusnacken. Komm. Hä? Wie habe ich... Okay. Ja, der will mich einfach nur abloggen, oder? Ich kann das auch einfach so abloggen. Nochmal. Lol. Das ist mir neu. Der will mich einfach nur wegwichen, ey. Okay, lol. Ja. So. Da haben wir den nächsten schon mal. Aber das von gerade eben, Alter. Wie habe ich das hinbekommen? Einfach, lol. Das war mir jetzt auch neu, ey. Das kostet mal in der Dämo. Warum habe ich hier beide so weggewogen? Mit Digga. Du kommst blöd, oder so. Okay, der war ein bisschen zu lange. Als ob der wirklich... Der war einfach zu tot zum Werben. Hä? Ich habe doch gedrückt. What the fuck? Mega Betrug. Komm, gib mir diesen Mondball nochmal. Okay, chillig. Okay, das war jetzt ein bisschen Whisky. Okay, chillig. Das ging... Das ging recht schnell. Also die zwei Runden, die ging recht schnell. Lol. Oh, chillig. Chillig, chillig. Ach Gott, ich mache jetzt noch eine Runde. Ey, macht schon Bock, Alter. Also die Vollversion, die gehört nicht mehr auf jeden Fall. Ich rage zwar bei jedem Game rum, aber das ist mir scheiße geil. Das macht einen Megabock. Das macht schon Megabock. Diese Melodie sende ich von ganz oben in den Charts an alle Gunster unten in Lockert City. Danke für die Info. I guess. Digga, dance da erstmal rum. Team K.O. Na gut. Höh? Achso, ich habe direkt so ein Mate einfach. Ja, Digga. Ja, da konnte ich jetzt auch nicht so schnell reagieren. Hallo, ich drücke hier schon wie so ein Weltmeister. Ah, da haben wir direkt den Mondball. Chillig, chillig, klinisch. Oh, noch abgepumpt zum Glück, ey. Okay, yo, als ob der, yo, hat er, ja, du musst mich noch richtig noch so wegflanken, ne? Okay, das war ein bisschen unfair, aber egal, passt schon so. Lul. Komm, hier, aber hier noch ein Ball. Komm, mach mal. Ah, ich wollte den anderen. Ah, das ist dieses automatische Anvisieren, das ist manchmal ein bisschen. Oh, ich hätte gedacht, da kam jetzt einer. Boah, da habe ich jetzt noch mal ein paar Reflexe gehabt hier. Okay. Noch ein Hit. Alter, wir brauchen noch zwei Punkte, ey. Der ist mega, äh, mega schnell irgendwie gerade. Na, komm. Papa braucht neue Bälle. Warum klingt das, dass ich nicht gerade getätigt habe so komisch? Höh? Als ob das nicht mehr gezählt hat. Hä, ich hatte doch noch ein Leben gehabt? Ich hätte gedacht, ich hätte auch volle zwei. Da habe ich gerade nicht drauf geachtet. Äh, Lul. Ich mache mal ein bisschen Whisky hier. Bleib mal weiter. Okay, das hat es überhaupt nicht gelohnt. Äh, du kleiner. Perfekt, scheiß drauf. Da waren die Runde jetzt auch schon mal gewonnen. Äh, warum geht das auf einmal so schnell, ey? What the fuck? Na, egal. Bin ich irgendwie der Einzige, der mir diesen Soundtrack jetzt gerade irgendwie so Arms-Vibes irgendwie gibt? Also das, was gefühlt so über zwei Monate oder so jemanden gejuckt hat? Ah ja, da passiert das nicht instant. Och, nee, Digga. Na, geben wir mal den Ball hier. Als ob er dafür jetzt gerade so doof dafür war. Das war jetzt nicht so schwer. Der Ball war ja noch langsam. Und da war ja noch keiner vorher gewesen. Äh, den Mondball finde ich cool, weil man da schön springen kann. Digga, komm her. Schade. Hätte ja klappen können. Achso. Gut, das war jetzt auch eher ungerollt, weil ich jetzt nicht aufgepasst habe. Perfekt. Ah, nein, 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 nein. Give me the ball. Komm. Nein. Ich wurde, Digga, wie ich gefestet wurde. Ich hätte ja einfach gar keine Chance zu haben. gehabt, um irgendwie abzublocken. Okay, dann halt nicht. Nämlich halt nicht als Fall. Ich hab gedrückt. Also manchmal verstehe ich die Welt überhaupt nicht bei diesem Game. Also, also, keine Ahnung. Yo, da wurde ich einfach wieder hart rangenommen. Da konnte ich nichts dafür. Perfekt. Chillt mal hier. Brauchen wir doch hier einen neuen Ball, damit ich hier mitmischen kann hier. Ach, nee, ne. Das ist nicht der Scheiß-Ens. Ja, Mann. Oh, Gleichstand. Oh, mein Gott. Wir haben es einfach ganz knapp noch geschafft. Oha. Der ja. Easy. Ease clap an dieser Stelle, ey. Äh, lol. Ja, mega chillig an dieser Stelle. Ja, als ob ich jetzt so krass war, dass ich jetzt MVP bin. So gut war ich jetzt nur noch wieder nicht. Aber danke für dieses Kompliment. Anscheinend bin ich gar nicht so scheiße. Also, das Game werde ich mir sowas von holen. Ja, das kommt dann so am Ende Mai raus. Gar kein Ding. Ich hoffe, dass keine 60 Euro kostet. Und falls das 60 Euro kostet, hole ich es mal trotzdem. Yo, mega chillig. Macht mega Bock, Alter. Macht mega Bock. Chillig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.